Herzlich Willkommen auf dem Erzgebirgsring in Lichtenberg. Wir sind heute hier beim Rollout vom Nachwuchstalent Hendrik Raschke. Er befindet sich bereits auf der Rennstrecke und wir steigen mitten ein ins Geschehen. Ich kann, 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 kann. Ich kann, kann, kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo Hendrik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020